Ihr werdet es uns nicht glauben, Freunde, aber es ist tatsächlich wahr. Yoda sah sich in seiner Lebensgeschichte dazu gezwungen, eine Gruppe von Jedi-Padawanen des Ordens zu verweisen. Nicht nur verwies er sie, nein, er verbannte sie sogar. Yoda musste das tun und wenn man bedenkt, was er alles während der Klonkriege mit so manchem Jedi mitgemacht hat, nicht zuletzt Anakin Skywalker, fragen wir uns wirklich, was denn passiert sein muss. Die spannende Antwort auf diese Frage liefern wir euch jetzt mit diesem Video. Wenn euch solche Themen auch so interessieren wie uns, dann lasst uns gerne ein Abo da. Euer Support für diesen Kanal ist echt wichtig, denn nur so können Taha und ich diese Videos hier finanzieren. Und da wir zu zweit sind, ist das doppelt schwierig. Danke Freunde, Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark. Innerhalb der Lehren des Jedi-Ordens sind wir eine recht dogmatische Sichtweise gewohnt. Die Lehren werden durch den Hohen Rat und die darauf folgenden kleineren Räte vorgelebt. Doch während dieser Lehren, gerade im noch nicht vollständig unterwiesenen Padawan-Alter, werden die Weisheiten der Macht uminterpretiert. Padawane machen sich in ihrer Ausbildung so oder so eigene Gedanken über die vermittelten Lehren. Das ist ein völlig passiver Prozess und so kommt es dazu, dass es im Falle mancher Charaktere durchaus zu besonderen Interpretationen kommt. Interpretationen, die nichts mehr mit der eigentlichen Lehre zu tun hatten. Ein gutes Beispiel ist hier natürlich Anakin Skywalker. Er wurde zwar nicht verbannt, warum das so ist, klären wir gleich. Bei ihm ist allerdings diese besondere Gabe zu beobachten. Sich Dinge zurechtzubiegen. Ein prominentes Beispiel ist das Thema Liebe in Star Wars Episode 2. Derartige Bindungen zu anderen Lebensformen sind eindeutig verboten. Padawane wusste das. Doch als sie ihn fragt, entgegnete er ihr mit der Aussage, dass Jedi zur Liebe ermutigt werden. Mitgefühl ist sicherlich eine der wichtigsten Eigenschaften eines Jedi. Doch wissen wir alle, dass Anakin hier doch seinen eigenen Interpretationsansätzen folgt. Obi-Wan war seiner Zuneigung zu Padme bewusst und auch Großmeister Yoda sah Padme auf Anakin zurennen und umarmen, wenn nicht sogar küssen, als Anakin in Episode 2 seinen Armen verlor. All das hat nicht für eine Verbannung gereicht. Doch lasst uns das Mysterium aufdecken, das zu einer derartigen Reaktion Yodas führen konnte. Nicht ohne Grund hatte der Jedi-Orden strikte und klar definierte Regeln. Es musste unter allen Umständen vermieden werden, dass sich seine Mitglieder, insbesondere Padawane, radikalisieren. Und es gibt eine besondere Theorie im unendlichen Wissen der Jedi-Archive. Einen Ansatz, den nicht einmal die Sith interessierten. Hierbei geht es um die sogenannte Potentium-Theorie. Das ist eine besondere Sichtweise, die die Grenzen zwischen heller und dunkler Seite auflöst. Anhänger dieser Theorie vertreten die Ansicht, dass hell und dunkel vollständig von der Intention des Nutzers abhängen. Die unweigerliche Konsequenz ist, dass sich die Machtnutzer der dunklen Seite bedienen können, doch dies im Sinne der hellen Seite und mit guten Absichten tun. Anhänger behaupten, dass dies keinen Einfluss auf die Gesinnung hat und keinen Wechsel zur dunklen Seite vorliegt. Das bedeutet, die Grenzen zwischen heller und dunkler Seite werden vollständig aufgelöst. Es gibt keine helle und dunkle Seite mehr. Jede Tat, jede Technik, sei es der Machtwürgegriff oder das Machtblitzen, gehören keiner Seite an. Es hängt lediglich von der Intention des Nutzers ab. Dem Handlungsrahmen sind damit keinerlei Grenzen gesetzt. Die Schlussfolgerung aus dieser Philosophie ist, dass jede Tat, egal wie abscheulich und grausam sie ist, mit der Intention, Gutes zu vollbringen, begangen wurde und vor allem begangen werden darf. Diese Philosophie betrachtet damit quasi nicht den Weg zu einem Ergebnis, sondern lediglich das Resultat, das Ergebnis selbst und die Intention des Nutzers. Dass jeder aus seiner Perspektive erstmal das Richtige und vielleicht sogar Gute tut, wird dabei komplett außer Acht gelassen. Eine objektive Bewertung ist damit nicht mehr möglich. Anhänger dachten, dass die Jedi nur Angst davor haben, ihr volles Potential zu entfalten. Die Lehren des Rates verhindern das schiere Streben nach Macht, denn dieser Pfad führt in die Dunkelheit. Die Lehren des Rates sehen ebenfalls vor, die Grenzen der Macht nicht auszuloten, sondern sie setzen den Fokus auf die Bewahrung des Friedens. Und nach unendlicher Macht zu streben, ist des Frieden Todesurteil. Das bedeutet keineswegs, dass alle Potentium-Anhänger böse waren oder gar der dunklen Seite verfielen. Vielmehr sahen sie die Macht als Macht, ohne Gut und Böse und die dunkle Seite als etwas, das sich in ihnen befand. Eine eigene Komponente, mit der sie sich auseinandersetzen müssen. Sie zu leugnen, ist ein Fehler. Sie zu kontrollieren, das ist der Anspruch. Und an dieser Stelle müssen wir den Anhängern jener Philosophie einen Punkt geben. Selbst Großmeister Yoda besitzt eine dunkle Seite, die er erst am Ende der Klonkriege entgegen lernt zu kontrollieren, als er sich bei den Wills befindet. Sie zu leugnen, gibt ihr Kraft. Ihre Mitglieder dürfen daher jede mögliche Fähigkeit nutzen, um diese dunkle Seite zu kontrollieren. Dies führte den Orden zu der Schlussfolgerung, dass es sich bei der Potentium-Theorie um eine Masche der dunklen Seite handelt. Jene schwachen Geister in ihre Fänge zu ziehen. Ironischerweise hatten die Sith selbst auch nichts dafür übrig. Plagueis äußerte sich sogar zur Potentium-Theorie. In seinen Augen handelt es sich dabei bloß um eine weitere Verzerrung der Wahrheit, die von jenen verbreitet wird, die sie von der Macht isolieren wollen. Weiter noch verglich er helle und dunkle Seite mit dem Bändigen von Feuer und Wasser. Er stellt damit heraus, dass es sich um völlig unterschiedliche Dinge handelt und nicht um eins. Wer wirklich Recht hat, ist hier die Frage. Wir denken, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen beiden Ansichten. Die Absicht eines Nutzers ist schon wichtig. Doch ob dadurch alle Taten legitimiert werden, ist fraglich. Die ersten Ansätze dazu wurden bereits über 130 Jahre vor der Schlacht von Yavin geformt. Es handelte sich zu dieser Zeit noch nicht um eine komplette Philosophie. Potentium steckte noch in den Kinderschuhen. Doch reagierte der Jedi-Rat entschlossen und versuchte diese Denkansicht schnell einzustampfen und in ihrem Keim zu ersticken. Leo Hal, ein Jedi, rekrutierte andere, die ihm in diese Theorie folgen sollten. Er suchte auf Alderaan und Coruscant nach potenziellen Anhängern seines Kultes. Der Jedi-Rat wurde hierbei nicht involviert und Hal agierte allein. Als Reaktion darauf schloss der Jedi-Rat alle Teilnehmer, alle Padawane und Hal selbst vom Orden aus. Sie wurden verbannt. Yoda stimmte der Verbannung zu. Hal akzeptierte wie auch seine Padawane. Sie hegten keinen Groll gegen die Jedi. Die Jedi spürten eine Bedrohung für sich und die Einwohner Coruscants. Yoda bezeichnete sie sogar als dunkle Jedi und kategorisierte sie als Graue Jedi. Das war auch der Grund für eine Verbannung und nicht Vernichtung des Kultes. Sie sahen keine zu große Bedrohung für die Jedi, doch genossen sie diese Sichtweise mit weitreichender Vorsicht. Sie wurden in die unbekannten Regionen verbannt auf dem Planeten Seacode. Dort praktizierten die verstoßenen Jedi ihre Lehren und dies führte dazu, dass der Planet selbst diese Sichtweise für sich gewann. Der Planet selbst besaß also irgendwo eine Art Eigenleben und sah sich als Beschützer der Macht. Es mag absurd klingen, doch schützt sich der Planet damit selbst und wenn wir eins wissen, dann dass die Macht durch alle lebenden Dinge fließt. So auch durch jenen Planeten. Betrachten wir Anakin, so erkennen wir doch einige Parallelen, wie bereits am Beginn besprochen. Doch warum wurde er nicht so radikal verbannt? Der Grund hierfür liegt im Drahtseilakt, den er geht. Außerdem glaubten die Jedi an die Prophezeiung und darin, dass er die Macht ins Gleichgewicht bringen würde. Er war Teil ihrer Philosophie. Eine Verbannung hätte dem Willen der Macht entgegengestanden. Doch wie steht ihr zu dem Thema? Ab mit eurer Meinung in die Kommentare. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.